Herr Abgeordneter, Sie kennen die Bestimmungen der Geschäftsordnung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohes Haus. Es ist zum zweiten Mal, dass ich diese tatsächliche Berichtigung abgebe. Frau Künzberg-Sahre hat mehrfach von einer geschlossenen Schule gesprochen. In der Tat sind die Schulen nie geschlossen gewesen, es wurde nur der Unterricht zistiert. Ich bitte darum, dass man hier genau die Tatsache darstellt. Das war Rudolf Taschner von der ÖVP mit einer tatsächlichen Berichtigung.